Ich bin so glücklich. Ich bin hier zurück in Memmingen. Das ist der beste Platz, wo ich gespielt habe. Eishockey und die Fans haben unglaublich gut hier. Ich habe nur eine gute Zeit hier in Memmingen. Ich hoffe, ich kann meine Karriere hier in Memmingen enden. Was kann ich sagen? Ja, mein Sommer war gut. Das Wetter war nicht so gut in Finnland. Aber ich habe wieder gearbeitet in Finnland. Ich habe auch ein bisschen Sport gemacht. Ich bin gut fit, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen mit meinen Kumpeln gesehen. Das war mein Sommer. Ja, momentan bin ich zufrieden. Wir sind zwar seit gestern erst komplett. Aber die Ausländer und die Anti und Kuba sind recht fit gekommen. Das haben wir gestern im Sommertraining festgestellt. Also fast. Ja, erst mal wir müssen jetzt zusammenkommen. Und dann wird sich schnell herausstellen in der Vorbereitung. Wir haben genügend Vorbereitungsspiele von Reihenzusammensetzung. Und halt übliche. Überzahl, Unterzahl trainieren. Und ja, erst mal Positionen für alle Spieler finden, wer wo was spielt. Weil sind jetzt viele neue Spieler dazugekommen. Ich muss sagen, in der letzten Saison sind wir gute Jungs geholt. Und gute Torhüter, neue Torhüter wir haben. Super Ausländer. Was ich habe gesehen in zwei Eistrainings. Der Ausländer ist echt gut. Und ja, wir müssen sehen, wir haben ein erstes Spiel am Sonntag. Aber wir können uns an etwas probieren. Und ja, ich denke, wir haben die bessere Ausdrücke, als letzte Saison muss ich sagen. Ja, Mämmigen Fans ist ja bekannt. Es sind recht viele Fans immer da gewesen seit meiner aktiven Zeit. Und ich hoffe, dass die jetzt weiter so uns unterstützen und zahlreichen Seilstadionen kommen. Ich hoffe jetzt, dass wir gehen in der Finale und aufsteigen in der Openliga. Das ist mein, wie ich sage, goal für diese Saison. Aufmerksam. Und doch was. Aber wir müssen gut aufsteigen. Über die Saison, die die Saison genommen, Ja, ich hoffe, ich gehe. Und dann, wenn wir eine solche Schapserritte hier peacefulen, wir gucken uns, dass sie zu sehen, die Saison zu sehen. Aber wir müssen noch die Saisonälle über anfangen.